Oder hast du einfach gefeilt, dass Nikolai da noch mal ist? Nur Interesse. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hast du gesagt, und es hat Weg zu machen. Hast du Nikolai in den Rittig gepackt, wie es fest ist? Hast du einfach einfach das Ding auf? Und die Wege zu uns? Die Nachher sind danach zu dir gekommen, wenn du nachher bist du los. Nikolai ist dann auch in den Verhalten. Hast du Nikolai einfach nicht auf den Schirm? Ja, ich denke. Die Nachher sind dann auch in den Schirm. Die Nachher sind nicht auf den Schirm. Aber die Schirm. Reine auf! 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 Warte mal! Moment, ich muss nicht immer über die Seitenhütze. Sie können auch kuscheln, Leute. Reine zurück! Reine auf! Reine auf! Ich freue mich, dass ich das Bild schreibe. Tönn, fünf, zehn, fünf, fünf, zehn, fünf! Entschuldigung! Wir sind in die Acht! In die Acht! Hey! Hey! Was ist das? Verleihung! Verleihung! Zwei! 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 Aus! 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 Vö�ung! Vö�ung! Zwei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ja, das geht nicht. Außerdem steht HSP für Hochschutzsport Kadaforen. Das hier gibt Sinn! 3, 4, 1, 3, 2, schenke! Nämlich in der Hand! 5, 4, 1, 3, 2, scheckern! Er muss ein bisschen, aber noch ein bisschen. Er wird nicht mehr ausprobiert. Einen Ausfall! Oh! 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 Der kam direkt in den Griff. Ja! 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 Was war die Leute? Ja! 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 Ich weiß nicht, dass ich nicht. Ja! 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 Musik 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 Das ist der Grund warum Kaffee in Deutschland beliebt ist weil jetzt 90% aus Kartoffeln besteht und gleich nach Bier 60 zu 100% aus Kartoffeln Das Lieblingsgetränk des deutschen Volkes gehört Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist Weil etwa 90% aus Kartoffeln gesteht Und gleich nach Riehl, welcher zu 100% aus